noch ein gegner da haben wir einen da haben wir einen die werden dich entdecken bin gleich da ist noch einer schätze eine patrouille erst den da oben dann den da hinten und den mit dem körper ausschalten wäre jetzt mein plan oder wir schleichen uns einfach mal vorbei da sind noch drei gegner siehst du dir sich stück scheiße ich kann ich mir jetzt ich kann ich mir jetzt die nur ich mir jetzt auf dem weg verstanden gegner erledigt Tarnung fährt hoch die Katze müssen wir dann rumjammeln wenn ich gerade am machen bin wir schauen zu dir pass auf wir haben uns gehört es geht los das normal zeige ich dir schwein recht von euch gegen erledigt weg so ich muss eigentlich ruhig machen aber es läuft also nicht so ganz weiter die sniper war geil jetzt verdammt groß das camp keine chance makaber da ohne hilfe zu finden warten wir auf bilder von oben verlieren wir ihn wenn wir da blind rein rennen dann erst recht overload wir brauchen einen satellitenscan des camps verstanden einen moment wir schicken es durch das ist ein pulverfass da unten männer humanitäre krise trifft es nicht im ansatz mccabers leute kontrollieren alles essen wasser medikamente und wenn sie damit nicht in der hand haben schüchtern sie massiv ein na bitte das ist unser mann sobald sie drinnen sind bleiben sie dran er führt sie zur lieferung makaber kontrolliert einfach alles so oder so alles beginnt und endet mit makaber er ist ihr hauptziel da unten roger overlord wann kommen wir voraussichtlich an ihr kontakt ist bereit da versucht keine aufmerksamkeit auf ihn zu lenken er riskiert viel um uns da rein zu bringen verstanden wir geben uns zum treffpunkt ja ich sehe sie die müssen wir wohl ausschalten ja aber macht es sauber nehmt sie ins visier und wartet bis alle ihr ziel haben das war ein simulat simultan schuss markiere dann die regner da worte auf signal da zweites ziel da und drei bereits zum schuss auf dein signal bin bereit viertes ziel schuss bereit zack perfekt er sicher aktiviert einsteigen los geht's so die deckung jedenfalls nicht aufgeben so viel sie so mein freund sind da vorwärts wir müssen los schneller auf hör zu ich will sicher sein dass wir uns über die einsatzregeln klar sind sobald wir im camp sind können wir gegner ausschalten solange es unbemerkt bleibt geht nah ran und trefft mit dem ersten schuss wenn ihr mehrere findet markiert sie und eliminiert sie gleichzeitig die tarnung sollte reichen unbemerkt reinzukommen anders geht's nicht wenn mark aber sich ins hemd macht war es das wir müssen uns konzentrieren verstanden alles klar keine verhandlung in ordnung gut dass wir es nochmal geklettern Arter zur Info sieht zu aus als wäre dein Sturm im Anmarsch nice das auch noch verstanden tun wir nie super wie wir uns alle sehen können im Endeffekt ne das ist total geil aber hauptsache wir sind nicht erkennbar so was nun anhalten moment laden moment ich bin ein geist bereit denkt dran wenn ihr töten mischt dann leise gibt's alarm ist der einsatz gelaufen verstanden ey der ist nicht gedobt Gegner hat ein Sturmgewehr oben auf dem Dach dort was macht er? patrouillieren Gegner mit RB um einen simultanen Schuss auszuführen Problem ist nur ich sie siehe zwei weiter da linke Seite aber da im Gebäude wir haben uns gehört wer weg mit da fiel da fiel da fiel da fiel da und äh am letzten speichelpunkt neu beginnen wir wollen das erstmal richtig machen ne meine Freunde wir machen das richtig sonst gar nicht gar nicht ist scheiße ja im gerade gab es alarm der einsatz war aber nicht gelaufen töten sie die seltener ohne alarmauslösen und schonen sie hier ist ein Schütze auf dem Dach auf welchem fucking Dach da der Dach gut wie ich mit einem Schuss jemanden getötet habe das ist das ist sehe noch zwei im Gebäude dort was glaubst du haben die vor die quatschen oh mein Gott bereit auf dein Signal bereit bin bereit schussbereit was auf dein Signal bin bereit schussbereit mal viele von den Schweinen wie nur möglich mitnehmen so Chef und jetzt Kontakt von v zwei Schützen mit Stromgewehr irgendeine Ahnung was die da tut scheinen miteinander zu reden Warte auf Signal Ziel erledigt hier ist noch einer auf 9 Uhr direkt da drüben bei Baum Ziel verloren so wir haben erstmal geholfen hier gut dass meine Kollegen gerade nicht geballert haben als ich auf sie geschossen habe ich sehe keinen Gegner ich höre ihn aber ich höre ihn aber das ist schon mal gut das ist eine Zivilistin rückwärts herren unterwegs auf nach 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 und knallt so anscheinend kommen wir jetzt ganz gut durch also so waren wir sehen markierte ziele anvisieren und halten wir haben die gedrückt um zu gehen okay cool 34 Meter die kommen gut voran wie schnell ich einen Meter zurückgelegt habe ist ja unglaublich ich bin da ziemlich makaber ich bin da ziemlich makaber ich bin da ziemlich makaber zweites ziel auf deinem signal bin dabei bereit zwei markiert auf dein signal auf dein zeichen schuss bereit schnell auf mich hier nur den schwein dachte ich nehme nochmal mit hier sind noch zwei zu unserer linken unten an diesem gefechtsstand was machen sie auf wache zwei ziele markiert noch ein gegner drüben bei dem gefechtsstand sag mal vielleicht wir müssen warten nichts alles was ist denn los Ich hab gar nichts mitbekommen. Was ist denn passiert? Ich war gerade voll konzentriert, ey. Ey, dann müssen wir jetzt den ganzen Scheißweg nochmal laufen. Das wäre voll unsweet, ey. Alter, komm. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay, verfolgen. Ja, ich bin bereit. Machieren, Ziel 3. Gib das Zeichen. Feuer. Ja. Wir verlieren ihn. Gegner erledigt. Ziel erledigt. So, dann machen wir ihn. Ich erkenne noch zwei. Bei den Kommando-Bosten dort. Was machen Sie? Schieben wohl Wache. Da ist noch einer. Neben dem Checkpoint. Na, was machst du jetzt makaber? Folgen ihm. Ja, ja, auf dem Weg. Die Straße ist sauber, Leute. Kommt rüber. Bin gleich da. Bin gleich da. Bis zum nächsten Mal.